Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Scholz die Überraschende in der Ukraine. Der Bundeskanzler ist zu seinem ersten Besuch seit 2,5 Jahren in der Hauptstadt Kiew eingetroffen. Bei seiner Ankunft kündigte er Rüstungslieferungen im Wert von 650 Mio. Euro an. Sie sind Teil eines bereits beschlossenen Pakets. Deutschland sollte Hilfen noch im Dezember liefern. Warnsteigs bei Volkswagen. Die IG Metall hat dazu aufgerufen, heute an 9 der 10 deutschen Standorte die Arbeit niederzulegen. Die Gewerkschaft wehrt sich damit gegen massive Sparpläne. Die Konzernführung will die Löhne um 10% kürzen. Auch Werksschließungen stehen im Raum. US-Präsident Biden begnadigt seinen Sohn. Der 54-jährige Hunter Biden war wegen Steuervergehen und Verstößen gegen das Waffenrecht verurteilt worden. Der US-Präsident hatte eine Begnadigung früher ausgeschlossen. Nun erklärte er, sein Sohn sei von der Justiz ungerecht behandelt worden. Weitere Proteste in Georgien, Regierungskritiker haben in der vierten Nacht in Folge demonstriert. In der Hauptstadt Tiflis kam es erneut zu schweren Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten. Dabei gab es Verletzte auf beiden Seiten. Die pro-russische Regierung will die Beitrittsverhandlungen mit der EU um Jahre verschieben. Tote bei Massenpanik in Guinea während eines Fußballspiels löste ein umstrittener Elfmeter-Krawalle zwischen den Fans der beiden Mannschaften aus. Sicherheitskräfte reagierten mit Tränengas. Daraufhin brach offenbar eine Massenpanik aus. Laut Medienberichten kamen dabei mehr als 50 Menschen ums Leben. Unter den Toten sollen auch Kinder sein. Das Wetter heute vielfach Wolken verhangen. Im Süden und Osten gelegentlich Sonne. Mancherorts regnet es. Im Südosten ist auch gefrierender Regen möglich. Höchstwerte von einem Grad bis zwölf Grad. Höchstwerte von einem Grad bis zwölf Grad bis zwölf Grad.